Jungen dabei für die ganz jungen Landeslisten, denn das ist Jakob, der ist vorne. Jetzt Marco Melzi. Bye, bye Marco! From Italy, now on the track, Marco Melzi. Er war noch wenige hundertsten Vorsiege im normalen Rennen. Und die würde ihm jetzt gerne natürlich wieder einschenken. Die fahren ihren eigenen Lauf hier aus.